Kniet nieder! Das Land hat seinen König gefunden. Lang lebe König Athos! Die Lage ist in der Tat ernst. Sächsische Kriegsherren kontrollieren den Steinkreis im Nordosten. Dort ruhen viele, die bei der Verteidigung unseres Landes gefallen sind. Ihre Körper sind eins mit der Erde, die sie geboren hat. Begraben unter dem heiligen Schwert im Stein, das der Legende nach nur vom wahren König dieser Insel herausgezogen werden kann. Ich hoffe für uns alle, dass er bald gefunden wird. Aber wir dürfen uns von diesen Wilden nicht unsere Erinnerungen nehmen lassen. Denn aus ihnen lernen wir über den Weg, der vor uns liegt. Bedivere und ich werden euch helfen. Diese alten Knochen haben noch Kraft. Die Sachsen sammeln sich, mein Lord, und ich glaube, sie haben es auf uns abgesehen. Auch wenn wir Unterstützung durch Merlin und Sir Bedivere haben, wird das ein harter Kampf. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Das passt da nicht hin, mein Lord. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, mein Lord. Was gibt es? Merlin ruht nie. Ich spüre Ärger. Wir werden angegriffen! Ich siehe, meine, das ist nicht es. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Wie ihr befehlt. Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. Wir werden angegriffen. Euer Zeichenzeier, in Bewegung. Ich schwöre euch meine Treue. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Wir bewegen uns. Ösis liegt in der Luft. Gehen in Stellung. Wir werden angegriffen. Das passt da nicht hin, mein Lord. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Lord? Bogenschützen in Bewegung. Die Männer... Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Unsere Truppen werden angegriffen. Bogenschützen unterwegs. Auf, auf Männer! Wir werden angegriffen. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze, Männer! In Bewegung! Wir bewegen uns! Hervorragend, Sire. Wir haben die Brücke einbunden. Solange wir die Brücke kontrollieren, ist unsere Brücke sicher. Unsere Truppen werden angegriffen. Gehen in Stellung. Bogenschützen in Bewegung. Ein Hoch auf Merlin. Bogenschützen, bereit machen. Die Männer sind guter Dinge. Sir Betty, wer hat die Gabe des Sounds von Camelot erlangt, mein Lord? Wenn wir vor den Wellen des Feindes stehen, können wir es zum Vorstoß einsetzen. Waffen benötigt, Sire. Was sollen wir für euch tun? Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Meine Knochen sind schon alt. In eurem Namen! Wie ihr befehlt. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Eure Ritter stehen bereit. Unsere Truppen werden angegriffen. Gebt mir Deckung! Auf die Pferde! Ja, Malone! Wir sind eure Leute. Über Berg und Tal. Eure treuen Bogenschützen. Über Berg und Tal. Waffenbrüder bereit! Es geht los! Das Land br- Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Warum werde ich gestört? Bogenschützen unterwegs! Gehen in Stellung! Unsere Bögen werden singen! Wir sind bereit! Unser Leben gehört euch! Augen auf, Männer! Unsere Truppen werden angegriffen! Au! 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 Reiten! Bereit für die Schlagzeile! Stehen zur Verfügung! Achtung! Mal auf! Bogenschützen, vorbereiten! Das Vorratslager ist voll, mein Lord! Zieh ihn los! Unsere Truppen werden... Ich sehe den Steinkreis, mein Lord! Wenn die Sachsen uns hier unterliegen, würden wir ein wichtiges Zeichen des Sieges setzen. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze, Männer! Das Vorratslager ist voll, mein Lord! In Bewegung! Wir bewegen uns! Ja, Sire! Gehen in Stellung! Bogenschützen in Bewegung! Das Vorratslager, der Graf ist voll, mein Amen! Die sind ungeduldig! Eat! Und das Haus an der Tränen, der sie sich nehmen. Aber die ist voll, wenn wir es nicht wissen. Und die sind ganz ungeduldig! Unsere Sehnen sind gewachst. Sire, spauen die Pferde an! Reitet weiter! Unsere Truppen werden angegriffen! Reitet mit Ehre! Gebt uns nur ein Ziel! Die Männer sind guter Dinge! Der Kreis gehört uns! Euer Zeichen, Sire! Ich bin der Runde. Aber auch nicht! Ich bin der Runde. Wann der Runde? Wir müssen uns nicht ohne Runde. Ich bin der Runde. Ich bin der Runde. Nichts, wir müssen uns nicht mehr. Ich bin der Runde. Untertitelung des ZDF, 2020